Du könntest zum Beispiel in der inneren Mongolei mit ordentlichen Bewässerungssystemen gut leben. Um den ganzen Fluss herum und so weiter. Müssen wir eigentlich den Mathieu nochmal vielleicht anrufen und ihm nochmal um seine Meinung bitten. Also als Pascal mir die Fotos geschickt hat, dann springen wir vielleicht mal so ein bisschen in der Zeit nach vorne. Also ich habe da ein paar von den Fotos, die du da geschickt hattest. Zum Beispiel das hier. Kohlewerk in der Mongolei. Ist das so? Das ist die innere Mongolei. Sorry, die innere Mongolei, genau. Zu China. Und ja, das sind diese begrümmten Kohle-Städten, wo ganze Städte aus dem aufgebaut werden, mit Millionen Einwohnern, wo Kohle halt im Tagebau abgebaut wird. Und wir reden ja oft von Smog, von diesen Partikeln und so weiter. Da ist der Smog, das ist unwahrscheinlich. Da hast du kleine Kohlezentren, deren CO2-Emissionen in dem eines Landes wie der Tschechischen Republik entsprechen. An dem einen Ort. An dem einen noch in einem Ort. Das ist sowas von konzentriert. Bisschen so wie Dante. Ja, ja. Dante's Inferno. Du kommst dem wirklich, du kannst, du kannst, ja, höchstwahrscheinlich, wenn du jetzt Dante nehmen würdest, du würdest da ein paar Zeilen daraus lesen, dann würdest du dich da erfüllen. Es ist unglaublich, wie, wie, ja, die innere Mongolei ist, ja, halt auch, ist interessant, wenn man das googelt, Google Map, wenn man diese, diese braunen Spots sich anschaut, das sind alles Open Pit Mining, wo Berge entstehen mit Kohlestaub, entstehen Berge. Du hast, und diese, diese Aussage, dass wir in einem neuen geologischen Zeitalter sind, im Anthropozän, das heißt, wo der Mensch die Geologie der Erde nachhaltig verändert hat. Richtig, da siehst du das. Die Kohlenstaubberge in der inneren Mongolei, das kommt dem wirklich am nächsten, das ist unglaublich. Das ist impressionant, was dann noch interessanter ist, wenn du dann zurück nach Beijing fliegst, dann hast du, ja, dann fliehst du aus diesem Staub raus, und dann auf einmal während Kilometern, 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 siehst du Windturbinen. Ah ja. Die drehen, wenn du dann fragst, die sind aber noch nicht angeschlossen. Okay. Sie sehen gut aus, aber... diese Allmacht von China, die hast du in sehr konzentrierter Form. An solchen Orten? An solchen Orten, wie, wo sie, ja, Raubbau an der Natur und der Menschen ohne Ende und diesen Technologie-Sprung, das heißt, die haben jetzt irgendwann mal dann 10.000, 20.000 Windturbinen aufgebaut, hatten aber noch keine Zeit, sie ans Netz zu schließen. Verrückt. Ziemlich, ja. Ja. Ja.